Insgesamt müssen Unternehmungen verstärkt in Richtung Geschäftsmodelle denken. Das heißt, Innovationen, nicht nur das Produkt, den Prozess betreffen, sondern das gesamte Paket. Man muss, glaube ich, nachdenken, verstärkt über nicht nur die Produkt-Markt-Beziehung, sondern auch, wie schaut die Ertragsmechanik aus, wie kann man damit Geld verdienen. Also dieser klassische, ursprüngliche Weg, ich fertige ein Produkt und verkaufe es auf einem Markt, das funktioniert meines Erachtens in Zukunft immer weniger. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen über alternative Finanzierungs- oder Erlösquellen und ich muss auch mir neue Gedanken machen, an junge, neue Kundenschichten heranzukommen. Also ich denke, es ist wichtig bei diesen Geschäftsmodellen, die es zu innovieren gilt, die Produkt-Markt-Kombination, die Ertragsmechanik, aber auch den Zugang zu den Kunden, wir sagen halt einfach Kundenschnittstellen, neu zu definieren. Ja, ganz eine Reihe von virtuellen Instrumenten und im klassischen Bereich selbstverständlich wird es notwendig sein, auch die Ideen der Mitarbeiter abzuholen und dazu gehören natürlich jetzt Instrumente, die man kennt, betriebliches Vorschlagswesen, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, vielleicht auch unternehmensinterne Wettbewerbe durchzuführen, aber das Ganze wird nur dann funktionieren und jetzt bleibe ich auf der internen Seite, wenn man auch die Unternehmenskultur gestaltet, dass quasi die Kultur so ist, dass es glaubwürdig ist, dass man an den Ideen interessiert ist, dass man zeigt, was mit den Ideen passiert, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen wird, dass man bereit ist zu lernen, sich zu verbessern und dass man, glaube ich, auch eine gewisse Fehlertoleranz an den Tag legt. Weil Sie wissen ja, wenn man innoviert, wenn man in Richtung neuer Ideen, in Richtung neuer Wege geht, dann passieren auch viele Fehler. Geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.